erst hier ne ok ich brauche 3 7 das ist doch jetzt nicht irgendwie so und ein wenig oder reich das für mich frei das ist echt spiel ok Das Spiel ist für mich, dieses Spiel ist für mich, wenn Pineview Drive PT und Layers of Fear ein Baby machen, wollte ich nochmal sagen. Schlüssel. Oh ne, da hat der Henkel gefehlt. Äh, Henkel. Der... Ja, mach. Hallo, mein Name ist Musik. Und ich bin hier grad einfach mal laut. Okay, wir müssen hier was machen. Ein Schlüssel, ein Schlüssel, ein Schlüssel, ein Schlüssel. Boah, was war das? Gibt's hier jetzt auch noch Monster? Ach, warte mal, hier war ein Schlüsselloch. Ah. Gut, ich sag, dass du passt. Ja. Ja. Gut, ich weiß, was ich damit machen muss. Ich muss das hier tun, Sir. Okay, das ist mir jetzt was. Mist. Geld. Geld. Keine Sorge, ich nehme es nicht mit. Ich will nur zum Piano. Ich will nur kurz zum Piano, Leute. Achso, komm, ich habe Bock. Wir spielen jetzt lustig durch. Huh. Oh. Okay. Ähm, warte. Selbst das male ich mir auf. Warte, warte, warte. Lass mich mal machen. Zwei. Drei. Eins, zwei, drei. Vier. Fünf. Ach, scheiße. Ich brauche das nicht. Ich brauche das nicht. So, jetzt. Okay, ich muss mir das doch nochmal anhören. Ich brauche das. So. Ah. Ah. Danke, dass ich hier wieder rein darf. Was ist denn hier los? Was? Was ist hier los? Wo geht hier los? Ab was tun? In den Frozen Let It Go Tonight. Da kann ich nicht mehr durch. Das heißt, ich muss hier rein. Und hier ist auch überhaupt gar nichts. Oder doch? Habe ich hier schon gemacht. Der Schrank ist offen. Und hier ist eine Tür. Die geht nicht auf. Das heißt, ich muss hier irgendwo. Noch was machen. Der Schrank ist offen. Oh. Oh, oh. Und warum hat er seine Frau nicht einweisen lassen? Oh. Spinnen. Kann ich jetzt hier hoch? Nein. Ah, du. Oh, scheiße. Er ist echt schön, aber... Ich will irgendwie... In dem Keller endet alles hundertprozentig. Ich kann nicht zurück. Soll ich jetzt echt hier reingucken, Mann? Ah, jetzt. Okay. Okay. Das war so klar! Wenn das beim ersten Mal passiert ist, hätte ich nicht verkraftet. Okay. Okay. Okay, aber was nun? Warte mal. Achso. Ich weiß nicht. 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 Warte mal. Ist das nicht so ein... Hier? Ah hier ist eins! So, einen Moment. Nein, das ist kein Zug. Soll ich jetzt nach draußen? Kann ich nach draußen? Nein. Hier ist der Weg eh versperrt. Moment. Ich gucke jetzt einfach mal da, wo ich weiß. Wir haben noch ein Rätsel in der Küche. Scheiße, die Tür ist auf. Wir haben immer noch das Rätsel in der Küche. Hey! Jetzt bist du aber her. Jetzt ist das Ganze hier, ne? Okay. Someone opened it. Okay. Hup! Ich glaube, das werden Gewichte hier am Tisch. Jemand hat es geöffnet. Ist nichts, was ich nehmen kann? Hier ist immer noch der Schlüssel, den wir verkleben müssen. Ne, doch. Ein Mittelrück. Was ist mit ihm? Ein Mittelrück. Also, ich glaube nicht, dass ich hiermit jetzt irgendwas machen kann. Ähm. Ich bin so sicher, dass ich doch... Guck mal, das konnte ich gerade auch immer gar nicht machen, oder? Doch, ich konnte... Ah, ich konnte beide. Okay. Irritriert. Ja, irritiert mich so krass. Also, er geht... Er geht wieder hin. Er geht wieder hin. Ach, sieh mal einer an. Ach. Was heißt, wenn ich... Warte mal. Kann ich das irgendwo dran machen? Ach. So, dass er daran hängen bleibt? Geht das? Scheiße. Oder hier vielleicht? Oder hier vielleicht? Wir haben das Rätsel mit den Gewichten noch. Ich überlege gerade. Wir haben das Rätsel mit den Gewichten noch. Also, den Piano haben wir gelöst. Das heißt, es gibt wirklich nur noch das Rätsel mit den Gewichten. Aber wofür wäre denn jetzt der Schlüssel? Und wir haben noch einen Schlüssel im Waschbecken. Warte mal. Warte mal, warte mal. Wenn ich jetzt hier weggehe, ne? Fliegt er wieder dahin. Das heißt, ich... Ich muss da vorne, muss ich das eben... Nein! Oh, fuck! Ich dachte, ich kann das jetzt hier irgendwo festmachen. Ich gucke erst mal, ob ich weitergehen kann. Kann ich nicht. Okay, ich kann wirklich nur hier was machen. Gut. Das wird doch ein bisschen schwieriger werden. Scheiße. Ich gucke jetzt gerade mal, ob ich hier irgendwo... Irgendwo anders noch was machen kann. Ob ich irgendwas übersehen habe. So wie mit dem Schrank. Keine Art. Hiermit kann ich was machen, aber ich habe nichts für die Gewichte. Scheiße. Okay, das wird jetzt sehr interessant werden. Wunderbar, ich wollte, dass ich das hier nicht nehmen kann. Und ich kann halt dieses Metalhook auch nur anwenden, wenn ich irgendwas anvisieren kann. Nur diese Kreise auf dem Boden. Und sobald ich da hingehe, springt er wieder zurück. Ne? Scheiße. Boah, okay, das... Äh... Äh... Metalhook. Aber wofür? Wenn ich irgendwie so was für eine Schnur hätte? Ich kann nur hier was machen. Ich kann nirgends woanders hin. Das hilft eigentlich schon. So doof sich das auch anhört. Ich muss hier irgendwas anvisieren können, verdammt mal. Hier auch nicht. Keine Lupe. Warte, was war das? Hier vielleicht? Nein. Ich brauche eine verfluchte Lupe. Ich lasse mich nicht raus. Ich muss alles genau absuchen. Ich werde es schaffen. Ich hoffe, ihr habt die Geduld gerade. Das Rätsel mit dem Gewichten. Das blöde Rätsel mit dem Gewichten. Häng dich nicht daran auf. Wo aufhinkommen. Aber hier kann ich das hier irgendwo irgendwas machen. Das ist doch nicht wahr. Lass mich nochmal gucken. Too far. Can't take it. Ich werde das wenigstens irgendwie so dran machen können, damit er von alleine sich da gleich irgendwie dran hakt. Aber nein. Hier kann ich halt gar nichts machen. Kann ich den nicht irgendwie festkleben oder so? Das wäre wirklich super. Hier rein? Nein. Hier irgendwo? Nein. Ah, ich dreh durch. Aufnahme läuft. Okay. Aufnahme läuft. Das hatten wir ja schon gehabt. Kann ich jetzt auch hier nichts machen? Nein. Kann keine der Schränke aufmachen. Zum Fenster kann ich auch nichts machen. Junge! Was soll ich machen? Was soll ich machen? Du fliegst da hin. Ich muss das hier irgendwie präparieren. Verdammt. Ich muss das irgendwie präparieren. Fuck. Ich komme hier an den Scheißschlüssel. Der muss irgendwie... Ich meine, der fliegt hier eh hin. Der fliegt hier hin. Der muss dann irgendwie mit der Schüssel hängenbleiben. Und dann komme ich und dann fliege ich da weg. Und der Schüssel ist hier. Der muss damit irgendwie hängenbleiben. Aber das muss doch gehen. Ich weiß, dass das total abenteuerlich gerade ist. Aber das muss doch irgendwie gehen. Jetzt ist Klebe. Klebe dann vielleicht da. Kannst du mal bitte da kleben. Wie krass mich das irritiert, dass ich auch hinnigens raus kann. Da ist er. Ich kann hier auch mit dem Wuppen nicht benutzen. Boah, die Leute, die Lösung kennen, die tun mir jetzt gerade echt leid. Und es tut mir leid. Oh, bitte versteht. Ich kenne die Lösung nicht. Ich versuche. Doch alles. Irgendwie. Oh. Nein. Nein. Ah. Scheiße. Wisst ihr was? 20. Warte mal. 20. 58. Zweiter Part. Ich gebe dir einen kleinen Cut und ich suche jetzt einfach mal selbst weiter. Ich will da gar nicht nachkommen. Bis gleich. Ich bin jetzt hier. Hallo, herzlich willkommen zurück.